Unzureichende Mittel Position wählen Präzisionsansatz bereit Aber deine Einheiten heilen sich ja, wenn sie hochgelevelt sind Deine Einheiten heilen sich ja, wenn sie hochgelevelt sind Ja, aber ich hab nur eine Bei Level 2, glaub ich Bei meinem Maximum Level Ja, jetzt fahrt auch ran, dass wir sozial geheilt werden können So Ich mach mal einen Bomberangriff Aber nimmt das Teil da oben ein, okay Gib mir Deckung Das sind jetzt die 6 Ich hab auch so ne Art Artillerie Flugzeugträger Von denen ich das Paar baue Die ich auch nochmal hinschicke Die dann einfach aus der Ferne alles kaputt machen Wie sie das gehört natürlich Unser Stützpunkt wird angegriffen Eine Einheit wird angegriffen Ich baue ein paar Minx Ich baue ein paar Minx jetzt Da kann man nicht reagieren Das sind das So Mix kann ich nur 4 bauen Pro Flugzeug, also pro Airport Oder? Eigentlich müsste die Also wenns, wenn du, also Eigentlich müsstest die bauen können Ja, aber nur 4 pro Ja, das ist klar, genau Ja, das sind die Jäger, genau So Leute, die trauen sich nicht anzugreifen Kann das sein Guck mal hier oben Bei meiner Obel-Plattform da So Ey Da Die trauen sich nicht anzugreifen Eine Einheit wird angegriffen Eine Einheit wird angegriffen Flugzeugträger verlässt den Hafen Reparatur läuft Ja Kommt denn jetzt noch ein Flugzeugträger raus? Ja Ja, wenn du dann noch die Zeit hast Kannst du unten bei meiner Plattform von mir vorbeischauen Das wollte ich nicht Ja Mach ich Und dann stelle ich nachher am Rand da meine Einheiten hin Und dann Machen meine Flugzeugträger, die eine unheimliche Reichweite haben Da Sehr viel Ärger Ah, da vorne ist noch was Okay Flugzeugträger verlässt den Hafen Unzureichende Mittel Machen wir mal eine klare Kreuzfahrt Unser Verbündeter wird angegriffen Das ist jetzt die 1 Ich schicke jetzt meine Granda Armee mal hier vor Meine Einheit wird angegriffen Unzureichende Mittel Die würde ich da stellen bevor sie hochkommen Die Boote da, die aus dem Wasser Die oben, bei deiner, bei deinen Flugzeugen oben Hier trage Flächenboden Was liegt da? Auf geht's Das Dumme ist, wenn die schwachen Einheiten zuerst vorgehen Das ist auf jeden Fall sehr ideal Unzureichende Mittel Jetzt pass mal was ist auf, was Lustiges passiert Ah ja Jetzt pass mal was ist auf, was Lustiges passiert Guck mal, ich schicke ein Flugzeug raus Wir machen es kaputt Das sind nicht voll lustig Das ist so lustig Das sind auch keine echten Einheiten Die Das sind nur Geschütze Schüssteine und die kommen unendlich raus Das ist so lustig Hä 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 Äh, brauchst du Hilfe? Äh, ich mach weiter Äh, ich glaube, ich hab genug jetzt Hm Eine meiner Einheiten wird irgendwie repariert Achso, die ist, die ist, äh, befördert Ja, genau Hier ist der Kapitän Unzureichende Mittel Feindlicher Stützpunkt entdeckt Ja Schönes Gewässer, ha? Flugdeck frei Ist das nicht kaputt, da? Bereite Bombenabwurf vor So, ich wollte grad sagen Ich muss meine Ich rede mit meinen Flugzeugträgern Ich rede mit meinen Flugzeugträgern, ja So, ich hab die erste Verteidigung da kaputt gemacht Was ist denn? Hier Tragflächenboot, was liegt an? Ich brauchte jetzt eigentlich nur noch irgendwo hinschicken Zielleute, ein Lieder Der Stützpunkt wird angegriffen Zerstöre an Wartestellungen Der Stützpunkt wird angegriffen Unsereichen Tögel Unterbrochen Wir sind staßklar, Mann Was wollt ihr denn damit, hä? Jep, das ist eine Waffen-freie Zone Ha, wie süß, wie die alblich abgenommen werden. Ich muss eigentlich nur was sehen, denn dann können die angreifen. Ich glaube, ich stelle die jetzt mal ganz taktisch genau hier vorne in die Mitte rein. Das ist auf jeden Fall sehr leicht, dass es nicht wirklich Probleme gibt. Ich sehe schon, ich brauche mehr von diesen Flugzeugträgern. Mehr! Give me all of them! Ich finde die einfach mega cool. Die sind zwar manchmal total langsam, aber die einfach nur so unermesslich hohe Reichweite haben. Ich glaube, ich muss die mal alle auf aggressiv stellen. Dass die wirklich alles angreifen. Ich stelle immer meine Flugzeugträger vorne hin. Wenn die dann durchkommen. Wenn die dann durchkommen. Ich glaube, ich habe alles mit Zerstörer und so vorgestellt. Und lassen die dann immer mal stehen und dann machen die das schon. Wieso? Ich habe einen sozialen Zerstörer davon, der keine KP mehr hat, effektiv. Machen wir mal eine klare Kreuzfahrt! Oh, wie süß! Die Kraftfläge einfach vorne. Wo hat denn der hier noch groß was? Ach, hier das MPF. Es sind überall Einheiten. Das ist echt schlimm. Ich finde, die Festigung ist nicht wirklich gut bewacht. Oh, die Bombe haben gerade einmal den MPF weggemacht. Einfach so. Oh Gott, der eine Flugzeugträger ist schon dreifach befördert. Nur durch da sein. Okay, Zerstörer. Die können ja an Land gehen, ne? Kicken wir mal ein bisschen Akku rein. Froststrahl. 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 Ha, ha, ha. Hm, hm, hm. Eine Einheit wird angegriffen. Macht mich stolz. Och, ha, ha. Bam 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 Bam. sehr einfache Mission, irgendwie ist das nicht so schwer. Also man denkt erst, nehmen Sie die komplette Festung ein, zerstören Sie die komplette, eine Bedrohung für die ganze Nordsee, aber irgendwie dann nicht ganz so richtig. Die Nordsee ist nicht so wichtig. Nee, ist nicht so wichtig, nee. Aber wer braucht die schon? Was grenzt denn da für Länder an? Deutschland, Dänemark. Braucht keiner. Müssen wir die eigentlich einnehmen, die Türme, oder müssen wir die, ah, okay. Ja, aber ich weiß nicht warum. Ich hab das Zeit auch geschickt, aber... Weiter, Ingenieure. Schnell, ich schick mein Bomber, um das Ingenieure abzusetzen, ne. Oh, ich hab so Panik bekommen, gerade. Machen wir jetzt einmal weiter. Schickst deine Einheit noch ein bisschen nach hinten, dann kannst du noch was kaputt machen. So, jetzt schicken wir da unheimlich viele Ingenieure hin. Na komm, die müssen reichen. Ah, du kannst die transportieren, ne? Ja. Alter, ich kann meine Ingenieure auch reinschicken, das ist lustig. Warte, meine Ingenieure müssen da auch rein. Ach, bist du voll? Man selber schafft, dieses Gebäude hier einzunehmen. Sehr schön. Warte, ich schick meine mal rüber. Und wir... Oh, warte mal kurz. Bleiben wir denn hier, die da? Ich schick meine wieder rein. Und du fliegst mich auf die andere Seite. Okay. Alter, ich dachte, das geht jetzt in die Luftmission gescheitert und dürfen wir nochmal machen, ja? Das ist immer noch dieser Schock. So. Gehen wir rein. Dann drei, zwei, eins und reingehen. Haha, zu spät. Nein! Vergiss nicht, andere Seite. Ja, ja. Diese Aufwärts haben gewonnen. Nein, die Alli hätten den auch ein Reaktor einnehmen sollen. Das ist egal. Sehr gute Arbeit, Kommandant. Ich hatte nie Zweifel, dass unsere Koalition sich bewähren und siegreich sein würde. Yay, Victory und so. Bam. Okay, Leute. Das war's für diesen Part. Ich werde ihn wahrscheinlich in der Mitte teilnehmen. Das waren 50 Minuten Aufnahmezeit. Im nächsten Part geht's weiter mit mir und mit dem... Julian. Genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.